Herzlich Willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Kermaschinen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Kermaschinen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Kärcher Kermaschine S4 Twin. Diese Kermaschine ist mehr als nur ein Werkzeug. Sie ist dein unsichtbarer Helfer, der leise und effizient arbeitet, um deine Wege und Flächen in einen einladenden Zustand zu versetzen. Mit ihrer beeindruckenden Flächenleistung von 2400 Quadratmetern pro Stunde und einer großzügigen Kehrbreite von 680 Millimetern bewältigt sie mühelos große Flächen. Gehwege, Straßen, Hof und Garageneinfahrten. All das wird im Handumdrehen von Staub und Unreinheiten befreit. Der 20 Liter Kehrgutbehälter ermöglicht es dir, länger ohne Unterbrechung zu arbeiten. Keine ständigen Unterbrechungen mehr, um den Behälter zu leeren. Die Kärcher Kermaschine S4 Twin gibt dir die Freiheit, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein besonderes Highlight sind die langen Borsten der Seitenbesen. Sie sorgen nicht nur im Freien für Sauberkeit, sondern erreichen auch problemlos schwer zugängliche Bereiche in deinem Zuhause. Keine Ecke bleibt unberührt. Keine Ritze bleibt ungesäubert. Es ist fast so, als würde die Kermaschine all deine Sorgen und Unordnung einfach wegfegen, während du dich zurücklehnen und das Ergebnis bewundern kannst. Die Kärcher Kermaschine ist kein einfaches Reinigungsgerät. Sie ist dein Partner auf dem Weg zu einem aufgeräumten und einladenden Umfeld. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Kermaschine auch direkt per Prime Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Einhell Akku Kermaschine TESW18610. Stell dir vor, du könntest mühelos deine Einfahrt, den Hof oder den Fußgängerweg kehren, ohne dabei anstrengend zu schuften. Genau das schafft diese Kermaschine. Mit ihrer Power Exchange Flexibilität bietet sie nicht nur Leistung, sondern auch Zuverlässigkeit. Du brauchst keinen Kabelsalat oder lästige Steckdosen mehr. Diese Kermaschine funktioniert mit einem 18 Volt Akku, den du sogar mit anderen Geräten aus der Power Exchange Familie kombinieren kannst. Sag Hallo zu einer sauberen Umgebung, ohne Kompromisse. Die 610 mm Kehrbreite sind der Schlüssel. Das bedeutet, du kannst bis zu 1800 Quadratmeter pro Stunde reinigen. Große Höfe sind kein Problem mehr. Und die seitlich positionierten Besen ermöglichen es dir, jede Kante zu erreichen. Sogar die kniffligsten Ecken. Die abnehmbare Lippe ermöglicht es dir, auch sehr unebene Bereiche zu säubern. Keine Ausreden mehr, um bestimmte Stellen auszulassen. Diese Kermaschine lässt sich mühelos über alle Arten von Fläche manövrieren. Kein Ziehen, kein Zerren, nur sanftes Gleiten. Und für den Transport ist sie genauso praktisch. Die ergonomische Form und die großen Räder machen es dir leicht. Der verstellbare Lenker und die Standfläche erleichtern die Aufbewahrung. Und der 20 Liter Schmutzbehälter hochwertig und sicher abstellbar. Keine Hektik, keine Unordnung. Nur reine Effizienz. Alle weiteren Infos zu dieser Kermaschine kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren. Und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Ryobi 18V One Plus Akku-Kermaschine vorstellen. Stell dir vor, wie sie mühelos durch deine Werkstatt gleitet und den Staub wegzaubert. Die zwei Seitenbesen und die großzügige Kehrbreite von 53 cm sorgen dafür, dass du in einem Schwung einen breiten Bereich abdeckst. Und das Beste daran, selbst die hartnäckigsten Ecken und Kanten werden gründlich gereinigt. Kein Stress, keine Kompromisse. Mach dir keine Sorgen über lästiges Bücken und mühsames Sammeln des Kehrguts. Mit einem 17 Liter Kehrgutbehälter kannst du länger arbeiten, bevor du ihn entleeren musst. Und der fußbetätigte Ein- und Ausschalter gibt dir die volle Kontrolle. Kein kompliziertes An- und Ausknipsen. Hast du schon mal an einen höhenverstellbaren Lenker und einen gepolsterten Griff gedacht? Denn diese Kermaschine ist wie ein roter Teppich für deine Hände. Deine Kontrolle über die Kermaschine wird so spielend leicht, dass du fast vergisst, dass du putzt. Die vertikalen Standfüße ermöglichen es dir, die Kermaschine platzsparend zu verstauen. Sie findet also problemlos einen Platz in deiner Werkstatt oder Garage, ohne Chaos zu hinterlassen. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Kermaschine. Danke fürs Zuschauen.